Was ist denn los? Der produziert kein Oxygen und kriegt kein Strom. Warum? Der da unten kriegt auch nichts. Mach mal den Stern bitte raus. Eins, zwei, drei, vier. Merk dir mal vier Stück. Okay, vier. Extrakt. Machen wir den Stern rein? Warte mal. Kannst du vielleicht hier ran liegen? Das. Ja. Jetzt klappt's. Dann kann ich sogar hier an der Seite abbauen. Ja. Und dann können wir das hier sogar noch ein bisschen anders machen. Das Kabel gespart werden. Das und draus der Stern. Und da kommt die Blase. Da war gerade eine kleine Blase. Weil der zu viel Oxygen braucht. Was war denn los? Hast du dir was für Futter angeholt? Nö. Der Futter, Alter. Wir haben eine Frau unter uns, die auf Toilette war. Du kriegst Schaden. Schade. Das ist ein Stern. Jetzt muss ich mal ernsthaft sagen. Ist das schlimm, dass ich das gerade gesagt habe? Nö. Der Toilettengang ist was ganz Normales. Genauso wie Pupsen, Rülpsen, Miesen, Husten. Ach. Melvin hat einen neuen Skin. Ja. Melvin. Hier, alles. Nimm alles. Lass mich nur in Ruhe. Ach, Melvin. Okay, wir brauchen... Wir gehen nicht weiter. Wir brauchen mehr... Blätter. Blätter. Oder einfach nur einen Raum. Dass das Oxygen nicht verschwindet. in den Lehren des weiten Eils. Das ist ja noch nicht mal das Ziel von mir. Okay. Ich möchte eigentlich nur, dass kurz so ein Dings erscheint. Zum Portal anzünden? Mhm. War vorhin da. Jetzt aber nicht mehr. Toll. Jetzt bin ich ja da. Jetzt kann ich sie anschalten. Das ist kaputt gemacht. Geht es? Geht es? Oh, weil man gerade von Oxygen redet. Wieso ist meine Tanks leer? Ähm. Nö. Aber hier ist so eine... Ja, wahrscheinlich muss es komplett ausgefüllt sein. Ja, dann, äh, warten. Nö. 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 Dann ist das komplett deaktiviert. Auf dem Mond. Sag ich ja. Hm. Ja, und wie kommen wir dann in den Näsern? Gorni. Das sei denn, ich gucke in den Einstellungen, in den Confis nach, wo ich es aktivieren kann. Hm. Oh, oder wir fliegen auf die Erde und, äh, erstellen da einen Sohnteil. Oh. Was geht's wieder? Du kannst nie jedes Mal auf die Erde fliegen. Ich weiß. Nur um ins Nether zu kommen. Hm. Jetzt? Nach der Aufnahme gucke ich mal nach. Hm? Ja. Weil es ist ja doof. Es wäre schon echt praktisch, weil es ist ein bisschen zu umständlich sich die ganze Zeit. Ja, das glaub ich. Oh. Okay. Weißt du, der Baum bleibt hier jetzt einfach aus Protest. Nicht, weil ich keinen Bock habe, den abspawnt. Nein. Der bleibt hier jetzt einfach so klar. Aus Protest, genau. Und ich hab immer noch Slowness. Warum? Was hast du genommen? Vielleicht hast du irgendwas im Inventar und... Rüchte bitte schon... ... den Schmerz. Wer hat denn du für eine Rüstung? Ja. Eine blaue. Ich auch eine blaue Rüstung. Müsste sogar noch reichen. Hm? Ich brauche ja an sich eine Brustplatte und Schuhe. Nee, der hat... gibt mehr Schutz. Ach. Gleich haben wir... Gleich haben wir... Äh, ja. Drei, vier... Erinnert ihr. Hm. Hab ich schon bei Tyrox abgeguckt. Hehehehe. Hehehehe. Titania. Er sagte, der Baum bleibt als Protest. Und der Baum war fast abgebaut. Wirklich? Hehehehe. Zum... Hehehehe. Ah, perfekt. Perfekt. Äh, hier kann ich die... Die Aluminiumkabel wieder haben. Vier Stück. Oh, vielen Dank. Oh, eine Enderperle. Vielen Dank. Hehehehe. Ich brauche meine leider, äh, verkraften, Alter. Hier, Melvin verliert irgendwie so ein grünes Zeug. Was? Du warst doch gerade hier draußen. Ja. Und irgendwie hast du so ein grünes Zeug verloren. Das da. Was? Hehehehe. Ne, das war nur vom Baum. Perfekt. Das ist aber alles euer Grüngelumpe. Das könnt ihr alles wieder haben. Ja. Nehmen wir gerne. Äh, sooo. Was machen wir jetzt, äh? Zu dem Pfeiffer... Das automatische Sortieren klappt ja jetzt mittlerweile. Ja. Läuft. Das gefällt mir. Muss man halt nur noch mehr Strom generieren für... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich mach mich jetzt mal an den Generator. Okay. Gasfluggenerator, den brauch ich auch. Für irgendwas brauchte ich doch einen Pisten. Für irgendeinen Pisten. Ich brauch den Mixing-Jam. Iron-Frame? Ach du heilige Scheiße, ist das viel. Für was brauchte ich das? Svet, was war denn das? Dafür brauchte ich das nicht, dafür brauch ich Dash. Ja gut. Hier fehlt uns nur noch eine Quest, das ist gut. Oxygen-Ziele müsste ich herstellen. Gesundheit. Ach, ich hatte ja noch mein Quest-Book. Da gibt's doch bestimmt irgendwas, was ich abgehen kann, oder? Für was brauchte ich den Pisten? Ich bin gerade total... ...überfragt. Item-Router. Blick holst durch. Ähm... Du machst bei Mainstream weiter, oder Cissi? Hätte ich vorgehabt, ja. Dann mach das. Ich muss gerade erst mal gucken hier. Ähm... Quantum-Entropy... Okay. Was brauchst du nicht dafür? Ähm... 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 Ja? Was machst du gerade? Ähm... Wollen wir ein bisschen Moonrocks... Also das ist gut. Stil, ich... Sollen wir uns hier zwei dazukommen? Und auch dazuholen? Ähm... Ja, kannst du mal hochmachen. Wir brauchen auf jeden Fall Stahl. Bye. Bye. Hast du eine Möglichkeit Stahl herzustellen? Ich? Ähm... Nee, äh, Cissi. Stil. Electric-Stil oder Dark-Stil? Normales-Stil wahrscheinlich. Normales. Äh, Kohle und Eisen. Müssen wir eigentlich zusammen kraften. Nur wenn ich's richtig im Kopf hab noch. Jep. Vier Kohle in die Ecke und in die Mitte eineisen. Ich brauche... Warte. Eins, zwei, drei, vier Stück. Für was? Für das... Quantum-Dings-Bahn. Äh, Stromkeule. Es ist eine echt gute Stromkeule eigentlich. Vier Stück brauchst du? Ja, vier Stück. Äh... Ach, hier hab ich... Ich werd heute aber nicht so lange da sein. Ist nie so schlimm. Ja, aber nebenbei noch an anderen Sachen. Ja, wie gesagt, ist nie so schlimm. Oh, ich hab den falschen Server ausgewählt. Ich will dir eigentlich gerade das Zeug geben, aber du rennst einfach weg. Ja. Soll ich jetzt mal die Lava platzieren? Okay, dann musst du's neu craften. Hm. Hm. Du wolltest das. Jetzt brauch ich nen Ofen. Hmhm. 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 Gas to the... Uh. Apropos, unsere zwei Stacks Eisen sind oben durchgeschmolzen. Dash. Oh, nee. Das geht ja gar nicht. Wir brauchen Dash. Hmhm. Für was? Ah, für dieses, äh... Advanced Generator. Hmhm. Für viele Sachen wird Dash gebraucht. Ah, fuck. Mann, was... So, eins oder zwei Tyrox? Sissi frag ich nicht mehr. Bei der kommt immer nur Crab aus. Zwei. So. Wir haben Magnes... Was? Manganese... Ach, Gesundheit. Can of Food. Zehn Stück. Tyrox, dich frag ich auch nicht mehr. Gibt's denn mir? Das ist richtig mobbing. Ey, wir haben so viel davon. Gibt's denn mir? Ey, wir haben so viel davon. Gibt's denn mir? Ey, wir haben so viel davon. Gibt's denn mir? Wir haben so viel davon. Gibt's denn mir? Wir haben so viel davon. Die ganze Aufnahme lang machen. Gibt's denn mir? Ich hab so viel davon. 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 Meistens gibt es diesen Part, außer du schneidest ihn raus. Gibst du mir? Ich habe so viel davon. Gibst du mir? Ich habe so viel davon. Gibst du mir? Pterox, ich habe Kinder. Ich kann das die ganze Nacht. Ich auch. Okay. Gibst du mir? Hol sie dir. Okay. Ich frage mich immer noch, für was ich den scheiß Pisten brauchte. Okay, wo sind sie? Ich gucke in unsere Barrels. Feuerticks ist aus, richtig? Feuerticks ist aus, ja. Nice. Soll ich den Tipp geben mit der Maschine, die du gerade herstellst? Die habe ich noch hergestellt. Schließt sie direkt an den Dings an. An den zweiten Carvelstone Generator. Die fahrt brennt Blöcke, um daraus Strom zu gewinnen. Ja, das haben wir sogar. Ach so, ja. Ja, mache ich dann später. Ich frage mich nur gerade, für was ich den scheiß Pisten brauchte. Ich habe vergessen, Opera zu schließen. Jetzt habe ich mal Sven hier an die Nachricht bekommen. Läuft. Ich bin gleich wieder da. Okay. Okay. Ja, 15 Minuten her wahrscheinlich. Gott, das muss ich jetzt cutten. Na gut. Oh, nee, so schlimm. Kann mir einer sagen, für was ich den scheiß fucking Pisten brauchte? Äh. Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht. Ist das jetzt ernsthaft? Hä? Bin ich so bescheuert? Ich bin echt roly moly neben der Spur. Da ist eins explodiert. Da hat der App explodiert. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf. Und eins, Kiste. CO2. Ja, ich bin Stark. Aus was kriegt man ein Aero? Also Gold, Dings da. Äh. Wie geht euch alles eigentlich Cobblestone? Okay. Okay. Ich schön. Das kriegt auch nicht. Nimm mal die Sticks hier oben. So. Hm. Hm. Ah, shh. Ah, shh. Ah, shh.